Hallo, Servus! Jetzt hat gerade der Postbote bei mir an der Haarzüge gehandelt und hat mir da ein fettes Paketchen vor die Tür gestellt. Also ich habe nichts bestellt. Vom Etikett her kommt es vom Holtermann. Jetzt schauen wir da mal rein. Ich schaue viel vorsichtig aber vielleicht brauche ich es noch. So. Gott. What the fuck? What the fuck? Gut. Du hast sogar ein Honig Ding geschenkt bekommen. So. Oh mein Gott. Einpacken können die Jungs. Okay, das sind schon mal alles Böden, so wie es aussieht. Eins. Zwei. Vier Böden. Ja, vier Böden. Dann vermute ich mal schwer, das sind viermal Deckel. Ja. Und hier sind die putzigen Räumchen. Ah, und hier sind die Zargen. Die habe ich mich vermisst. So. So. Wir schauen wie die da und wir hören, aber ich vermute mal, dass der Hersteller das so gemacht hat, dass man das lesen kann. Und dass es da einen linken und einen rechten Teil gibt. Ja. So. Ja gut, da müssen wir telefonieren. Weil ich mache dir ja da die Ableger für dich, die Königinnen. Ich mache dir die gerne. Die Kunstschwärme. Da müssen wir mal schauen, ob ich die alle auf einmal für sie schicken kann. Dann mache ich das vier Stück. Das ist ja so putzig. Aber ich glaube, das habe ich falsch rum zusammengesetzt, oder? Ja. Das ist eh richtig falsch rum. Weil da kann man es nicht lesen. So kann man es. Ja. Ich bin, ich habe die. Okay. So kann man es lesen. 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 Dann hört sich das so. Dann habe ich das auch falsch zusammengesteckt. Spielverkehrt. So. So. Gut, ich entschuldige, aber ich hatte noch nie Mini Plus. Und jetzt passen die auch genau. Ja. Gut. Dann melde ich mich bei dir. Ich sage schon mal Danke für die Überraschung. Und da werden natürlich dann weitere Videos folgen. Ich muss dir jetzt bloß mal erklären, wie wir das machen. Weil normal darf man nur Kunstschwärme, oder? War das. Aber da rufe ich dich an. Ja. 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 Ja.